Hola, buenos días. Mit diesem Foodtruck seid ihr überall sehr, sehr gut aufgestellt. Egal ob Pizza, Pasta oder Imbiss. Ich mache eine leckere Currywurst jetzt für euch. Und wenn ihr diesen Foodtruck haben wollt bei GGM, müsst ihr mal schauen. Dann haben wir ein schönes Currysüßchen vorbereitet. So, Würstchen sind schön braun. Dann können wir schon mal die Fritten reinmachen. Fritteuse ist schön heiß. Dann machen wir ein paar Zwiebeln zu. Schön braun. Sehr gut. Dazu habe ich natürlich hier unseren Currywurstschneider. Unsere super Soße drüber. Die Pommes sind fertig. Rein. Schön knusprig. Ein bisschen Salz. Darf auch ruhig ein bisschen mehr sein. Viel Mayo, ganz wichtig. Etwas Ketchup. Die frischen Zwiebeln. Currywurst, ja. Leckere Pommes. Genauso wie sie sein müssen. Eine schöne Pommes-Spezial. Viel Spaß. So, die ziehe ich mir jetzt erstmal rein hier. Geil.